Ich würde mir wünschen, dass der Buddy e.V. sich noch stärker engagiert und mehr Coaches ausbildet, dass der Gedanken des Buddy e.V. sich noch weiter verbreitet. Wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Unterstützung, gerade auch den Schulleitern und Schulleiterinnen gegenüber, sodass wir uns da mit den engagierten Leuten besser durchsetzen können.